Hi Paul Krammer hier von lkwfahrergesucht.com. Heute geht es unter anderem um die Lkw-Marken, die ich hier fahren bin, Kabotage, Bullenschweine und so weiter. Viel Spaß mit dem Video. Kommen wir zur ersten Frage. Captain Kerper fragt, Servus, ich habe dich ein bisschen mit TrakTV verfolgt. Was ist für dich so das Beste? Ich selber fahre einen Silo und finde das eigentlich das Beste, was man machen kann in dem Job. Keine Ladungssicherung, laden bzw. abladen, geht von ganz alleine und nur wenig mit den Behörden zu tun und vor allem nur Komplettladung an einen Kunden. Auf Plan oder so habe ich persönlich irgendwie gar keine Lust. MFG Philipp. Ja lieber Philipp, es gibt ja einen Doktor aus der Schweiz. Ich glaube der kam aus der Schweiz auf jeden Fall. Der fährt ja auch selber Lkw oder Fuhr, ich weiß nicht ob er noch fährt und der hat sich auch für den Silo entschieden. Der hat sich damit selbstständig gemacht und aus den Gründen einfach, dass er das körperlich nicht mehr so packen kann. Denn die Plane im Sommer ist warm, wenn es regnet und so weiter, das Gezurre und da ist man hinterher doch schon eigentlich ganz schön kaputt. Wenn man fertig ist mit Laden, obwohl es eigentlich nicht viel Arbeit ist, aber man muss dazu sagen, dass man sich nicht viel bewegt und dann auf einmal sehr viel bewegen muss und das merkt der Bockwurst verstopfte Körper auf jeden Fall sofort und reagiert bei mir jedenfalls mit einem Schweißausbruch. Ich bin persönlich immer sehr gerne Kühler gefahren. Beim Kühler gibt es nicht viel Ladungssicherung bzw. es gibt welche mit Ladungssicherung, aber meiner eben war ohne Ladungssicherung. Dann kommen die Stangen hinter und dann ist gut. Man braucht nicht von der Seite abladen, weil grundsätzlich, wenn man eine Plane hat, muss man komischerweise immer beide Seiten aufmachen, alle Bretter rausnehmen und man könnte so manchen Lagermitarbeiter den Hals umdrehen. Man darf da aber nicht zu laut werden, denn sonst hat man Probleme beim Abladen. Was auch sehr cool sein soll, ist Glasfaden. Es gibt ja diese Absetzcontainer für Glas. Meistens steht da so Saint-Gobain oder sowas drauf. Die fahren wirklich international und haben schöne Touren. Wir drücken nur auf den Knopf und der Container bleibt quasi da. Das stelle ich mir sehr cool vor. Was für mich sehr nervig war, war Papier fahren. Papier war nicht so der Hit für mich. Das war nicht so mein Traum. Ich hatte auch schon Probleme, dass mir fast eine Papierrolle runtergefallen ist. Die Franzosen haben das nicht so mit Ladungssicherung. Manchmal darf man dann nicht dabei sein, wenn es um die Ladungssicherung geht. Das hinterher zu machen ist teilweise oder manchmal echt schlecht. Ich persönlich bin angefangen mit Autotransporter. Das war ganz schön, aber nicht der Hit. Das ging dann sofort weiter mit Plane. Schön ist natürlich bei der Plane, ich bin auch viel Wein gefahren. Beim Wein fahren, das ist ein herrliches Fahren. Das macht Spaß, muss man lieben. Bis zu 16 Sammelstellen am Tag, wenn man Pech hat. Aber das ist einfach nur genial, weil man kommt da wirklich in so Ecken rein. Und das hätte ich beim Silofahren auf jeden Fall vermisst. Und klar ist Plane teilweise nervig und bedeutet auch mehr Arbeit und man ist schmutziger. Aber man kommt auch teilweise in coolere Ecken und hat mehr Möglichkeiten, irgendwelche interessanten Sachen anzugucken und interessante Sachen zu laden. Von daher, alles hat seine Vorteile und Nachteile. Ich bin persönlich am liebsten immer kühler gefahren. Ausnahmezustand fragt, hast du eigentlich einen Instagram-Account? Hallo Ausnahmezustand. Ja, erstmal cooler Name. Ich habe einen Instagram-Account und ich kann den Link gerne unten mit reinpacken. Wir haben auch einen Facebook-Account von lkwfahrergesucht.com. Da gibt es immer Neuigkeiten, Stellen und so weiter. Das packe ich natürlich auch gerne unten mit rein. Bei Instagram muss ich allerdings sagen, poste ich überwiegend Sachen über meine Produkttests. Und die passen vielleicht nicht so in den Lkw-Sektor. Aber wer gerne gucken will, kann gerne gucken. Da Kapo fragt. Hey Paule, ein letztes Mal noch. Jo, Össi sind lästisch. Thema Kabotage wäre echt super. Ich glaube, bevor du das nicht mal ansprichst, wirst du mich nicht los. Mach weiter so. Liebe Grüße. Da wollen wir mal Kabotage machen, damit ich meine Ruhe habe. Nein. Nein. Kabotage ist auf jeden Fall ein großes Problem. Kurz zu erklären, also Kabotage ist ja ein Begriff dafür, zum Beispiel, wenn du in dem Land, wo du nicht ansässig bist, eine Ware fährst und von A nach B und von B nach C wieder und so weiter. Und das sollte eigentlich in meinen Augen den innerdeutschen bzw. innerfranzösischen oder sonst irgendwelchen innerspanischen Leuten überlassen werden und nicht an die Billiglohnländer abgetreten werden. Klar, jeder hat ein Recht auf Arbeit und ich finde aber, so funktioniert das nicht. Wir sehen das Ganze zum Beispiel in Hamburg. Da stehen am Straßenrand, in der Billstraße oder keine Ahnung wo überall stehen die polnischen und osteuropäischen LKWs. Polnische sind es ja mittlerweile auch nicht mehr. Die ganzen anderen sind ja auch schon billiger. Die Letten, Rumänen und so weiter. Und die hausen da wirklich wie die Zigeuner. Und in meinen Augen ist das Menschenverachten und Menschen unwürdig, wenn man sich nicht mal vernünftig duschen und waschen kann und drei oder vier Monate irgendwo auf dem Seitenstreifen lebt. Das halte ich auf jeden Fall für falsch und zum anderen macht es die Spediteure kaputt und die Preise kaputt. Osteuropäische Fahrer haben ganz anderes Preisniveau als die Deutschen und somit wird der deutsche Arbeitsplatz kaputt gemacht bzw. es wird versucht und das finde ich auf jeden Fall nicht gut. Wenn ich zum Beispiel in Frankreich bin, dann ist es okay, ich sage mal, wenn man eine Zwischentour nimmt. Also ich bin zum Beispiel irgendwo in Südfrankreich, kriege keine Ladung, das momentan nicht zu holen und damit ich nicht ganz leer nach Nantes oder sonst wo oder nach Paris fahre, nehme ich da eine Zwischentour, um so einmal nicht leer zu fahren, keine großen Unkosten zu haben bzw. die Franzosen nutzen das auch gern aus. Die Deutschen werden dann natürlich auch schlecht bezahlt. Allerdings besser als leer zu fahren und Geld zu verschenken und Sprit für nichts in die Luft zu jagen. Und in solchen Fällen finde ich Kabotage in Ordnung bzw. diese Notlösung oder dass man seine Rückladung bekommt. Aber Leute, die dauerhaft in einem Land arbeiten und da die Preise kaputt machen, das finde ich auf jeden Fall nicht gut. Ob da mal irgendwann was passieren wird, ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber vielleicht kann man auch auf Wunder hoffen. Klaas Bustorf fragt, was für LKWs hast du schon gefahren? Klaas, mein erster LKW war ein MAN F2000 in der Fahrschule, dann ging es weiter auf einen TGA und danach hatte ich ein DAF XF95 mit Space Cap, danach ein DAF XF95 Super Space Cap. Ach ja, den Renault bin ich auch noch gefahren, den Renault AE bin ich über ein Jahr lang gefahren. Das ist auch bekannt als Magnum, Magnum oder als Mac und der war eigentlich im Prinzip cool. Das Blöde war natürlich, wenn man in die Zahlstelle reingefahren ist und nach dem Portemonnaie gesucht hat, um das Mauticket zu lösen, dann sah das so aus, als wenn man sich an den Arsch gepult hat, weil die Leute ja wirklich alles sehen konnten durch die Seitenscheibe. Cool war auch das Fahrerhaus, das war ja wie so ein Würfel und an der Seite konnte man wie an so einem amerikanischen LKW hochklettern, hatte dadurch allerdings auch immer schmutzige Hände von dieser Reling. Vorteil ist natürlich von dem Teil gewesen, diese Jalousien innen drin, man hat auf den Knopf gedrückt, dann ging die vordere Jalousie runter und die seitlichen Jalousien konnte man per Hand runterziehen. Es gab wohl auch Versionen, da ging das elektrisch, in meiner allerdings nicht. Ich hatte die super Spar-Version und dann zwischendurch nochmal ein F2000, das war die Oma der Firma mit Bullenfänger, richtig cooles Teil, hat auch richtig Spaß gemacht damit zu arbeiten. Beim ersten Mal habe ich bloß gedacht, wo sind die Gardinen, da muss man ja oben in der Mittelkonsole oder unter dem Dach hin oder wie man das nennt, so ein Fach aufmachen und da ist die Gardine drin. Die ersten zwei Tage hatte ich ohne Gardine geschlafen und dann hatte ich beim Chef angerufen und mich beschwert, welcher Schwein die Gardinen geklaut hat. Ja, habe ich mich natürlich selber zum Deppen gemacht, aber wie gesagt, der war cool, von dem TGA habe ich nicht viel gehalten und aber der F2000, das war ein richtig geiler LKW. Und danach bin ich dann eingestiegen in den DAF 105 Super Space Cap. In meinen Augen ist DAF mit das coolste Auto, ist natürlich Geschmackssache und ich liebe das Auto auch und was ich daran schätze, ist auf jeden Fall der Innenraum, der Platz. Den Motor hätte ich natürlich gern vom Scania gehabt, einen schönen V8, gar keine Frage, aber der DAF ist schon geil und richtig geil ist beim DAF auf jeden Fall der Service. Wenn man da anruft, dann wissen die schon, hier ist der Paul von TrakTV. Ich bin probeweise auch schon Scania gefahren, ich bin Volvo gefahren, ich bin vom Uwe den Iveco gefahren und Volvo bin ich gefahren. In Frankreich war ich auch, zur Vorstellung vom neuen Renault, zweimal bin ich da hingeflogen und das war auch, das Auto fährt sich super, es sieht allerdings aus wie ein Paarenhals. Ich habe mit dem Designer am Tisch gesessen und wer schon eine verblichene, pinke Hose trägt, von dem kann man natürlich nicht viel erwarten. Ach ja, ganz zu Anfang bin ich ja noch Autotransporter gefahren, so einen alten, abgerockten Mercedes MB, keine Ahnung, irgendwas, noch mit Hakenkreuz-Schaltung, aber Spaß beiseite. Das Ding war super und hat seinen Job gemacht, allerdings war ich froh, wo ich dann den richtigen LKW gesessen habe. Der Nachteil ist ja beim Autotransporter, man hat ja wenig Platz. Also ich bewundere die Leute immer, wie die das machen mit dem Management in diesem Fahrzeug, sich irgendwo da durchzuwurschteln. Man muss ja, wenn man fährt, packt man wahrscheinlich alles aufs Bett, wenn man schläft, packt man alles auf den Fahrersitz. Also es ist ein ständiges Hin- und Hergepacke. Wer schon mal so ein Ding gefahren ist, der weiß auf jeden Fall, wovon ich spreche. Opfer der Zeugen Jehovas fragt, warum kannst du dich nicht gegen diese deutschfeindlichen Bullenschweine wehren? Klar, man kann sich dagegen wehren, aber dann wäre ich wahrscheinlich in den Knast gekommen. Und einer hätte nicht mehr gelebt. Das Problem ist natürlich, dass die Polizei in Frankreich ganz andere Gewalt hat, als in Deutschland, sag ich mal. Und noch schlimmer ist die Gendarmerie. Die Gendarmerie ist ja militärisch und die gehen da auch so vor. Man muss sich so korrekt wie möglich verhalten, sonst geht man auf jeden Fall in den Knast. Keinen falschen Spruch oder sonst irgendwas. Und selbst wenn die einen provozieren, einfach nicht drauf eingehen. Ich habe schon mit Handschellen im Auto gesessen. Und das sind so Methoden wie aus dem letzten Jahrhundert, weil die dann irgendwas von einem hören wollen, damit die nicht den Staatsanwalt anrufen müssen, damit sie einfach knacken können. Weil die müssen letztendlich auch immer mit dem Staatsanwalt vorher reden, wenn die Strafen über ein gewisses Maß drüber gehen oder wenn sonst irgendwas ist. Und wenn die einen natürlich provozieren und dann die falsche Antwort bekommen, freuen die sich natürlich. Und dann haben die Grund genug, einem was zu tun oder einzulochen. Und das ist letztendlich das, was sie wollen. Und das unterstütze ich auf jeden Fall nicht. Gegen Ankommen tut man da einfach nicht. Man hat da keine Chance. Was will man denn machen? Will man Frau Merkel anrufen und schimpft mal mit den Jungs, du, du, du. Die haben da einfach absolut Oberwasser. Das ist genauso, wenn man irgendwo in so einen großen Konzern reinkommt und man trifft da den Förtnern. Das ist auch der liebe Gott, zumindest denkt er das. Und man ist in deren Händen. Am besten ist immer cool bleiben, drüberstehen. Und umso schneller kann man weiterfahren. Ich habe auch schon Beamte bestochen. Das hat auch schon in Frankreich funktioniert. Allerdings nur mit großen Summen. Und das ist allerdings teilweise letztendlich billiger, als wenn man die Strafe bezahlt. und noch besser funktioniert das natürlich in Osteuropa mit der Bestechung. Aber ich will mich hier jetzt auch nichts reinreiten. So, das war es von mir für heute. Bevor ich in den Knast komme, ich rede nicht mehr weiter. Ich freue mich auf eure weiteren Fragen und eure Kommentare und versuche die natürlich in der nächsten Folge wieder zu beantworten. Habt ihr irgendwelche Vorschläge für das, was ich machen kann, könnt ihr das natürlich auch gerne unten in die Infobox mit reinschreiben. Ich habe allerdings momentan ein Zeitproblem. Ich mache mich selbstständig und komme nicht zum Lkw fahren. Es kann natürlich sein, dass ich nächstes Jahr zwischendurch wieder mal fahre für ein, zwei Tage und kann euch dann mit meiner Kamera mitnehmen. Aber das ist wie gesagt noch in Planung und ich will da nichts versprechen. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da oder besucht uns auf Facebook, auf Instagram. Wie gesagt, habe ich unten mit reingestellt. Oder auf unserer Homepage lkwfahrergesucht.com Also, bis nächstes Mal. Bleibt sauber, ordentlich und anständig. Haltet eure Stoßstange sauber und schlaft nicht ein. Macht's gut. Ciao. Ciao.